Hörbücher werden immer beliebter. Und wer weiß, ob ich meine Karriere als Ratgeberschriftsteller nicht gleich auf Basis von Hörbüchern gestartet hätte, wenn es sie denn damals schon gegeben hätte. Denn in der Tat produziere ich meine gebundenen Bücher samt und sonders selbst. Und natürlich weiß ich, dass es machbar ist, sich zu Hause seine eigene Buchproduktion einzurichten. Aber ich weiß ebenso, dass dazu zunächst einmal Platz, Investitionen, Zeit und Nerven nötig sind. Hörbücher stattdessen können vergleichsweise einfach produziert werden. Denn außer einem handelsüblichen Computer, einem Mikrofon und einer professionellen, aber kostenlosen Software zur Klangbearbeitung brauchen Sie nicht. Von der guten Textvorlage mal abgesehen. Möchten Sie vom Boom der Hörbücher profitieren? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Super Profit mit Hörbüchern. Starten auch Sie voll durch. Ohne nennenswerte Anfangsinvestitionen, aber mit vollem Erfolg. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsunion.de. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher.